hallo und herzlich willkommen in der holle der stampfer hier stammt immer noch ganz freudig vor sich hin ich habe gerade keine ahnung hier ich glaube ich bin hat gericht also folgt ja hier hier alter darauf habe ich jetzt hier unten irgendetwas geholt hier komme ich nicht mehr raus echt ist zum kotzen wo zum teufel komme ich wieder raus ich bin kleine marine ich bin gefangen hier ja ich müsste irgendwie in den teleporter hier reinkommen reinkommen cool das will ich bei mir zu hause an der wand auch haben aber ohne das rumgesau sonst schlägt mich meine freundin wieder hier wollten wir rein genau es sieht mir zwar sehr stark nach falle aus aber egal hallo 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 ich glaube jetzt hier einfach alles zusammen was ich kann nur so weil ich kann ja zick zack zick zack und ein tic tac oh ja das hole ich gleich gucken wir mal eben was wir sonst noch so alles kriegen können legen wir los wo ist meins kommen wir hier bestimmt auch wieder raus ja das war so klar oh spektr also geister äh ja äh nein äh nein nein okay ein kleinen moment hier so rumgehüpft ah nummer eins ist weg komm aua nummer zwei ist weg da kommt auch schon nummer drei aua oh das sieht gut aus ähm kriege ich das hin hier äh ungefähr hier so nein zu hoch dann so hat das hat das geklappt war das das nein war es nicht genau das habe ich ja letztens festgestellt das zählt auch äh ist nur ein bisschen umständlich dass man hier immer hin und her wechseln muss herausforderung beendet na supi supi pupi ähm ja hier du noch zack zack aua aua ich war alter hör auf so hier Schlauch raus und ab dafür Flatsch ähm ich weiß auch wenn ich euch jetzt tierisch auf die Nerven geh damit aber ich will hier noch mehrere Verbesserungen ähm welche Waffen können welche Waffe welche Waffe hier nein habe ich doch nein das habe ich jetzt gemacht äh 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 hier kaufe alle Verbesserungen um die Meisterschaft freizuschalten ich habe ja alle Verbesserungen werden bis zu drei Ziele erfasst die Raketen werden zwischen der Ziele ah ne das müsste ich wahrscheinlich dann noch freikaufen äh hier das habe ich habe ich das ich 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 check das Spiel nicht mehr ich check das Spiel nicht mehr ah 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 jetzt aber hier ja jetzt ist mir alles klar ich kann natürlich hier noch da kann ich noch lange hier ja kacke nein so viele Waffenpunkte hole ich doch niemals hier habe ich nur die Hälfte weil ich weil ich hier noch das andere noch gar nicht gekauft habe Scheißen Dreck hier durch gedrückt halten der Waffenbautaste werden bis zu drei Ziele erfasst die Raketen werden zwischen deren Ziele erfassungen aufgeteilt ich sehe das Sumona ja was wären dann die Sumona okay gut tut mir Leid geht schon wieder weiter nein ich komm wieder na komm noch her da So. Das war's. Nein, ich nicht. Nein, nein. Komm her, komm her. Wir haben keine Chance gegen meine Schraubflinte. Keine Chance. Na gut, vielleicht eine kleine Chance. Oh, den kriege ich, den kriege ich. Ja. Hover Move. Aua. Alter. Spinnst du? Ja, komm her. Alter. Das war's. Hier noch leben. Zack. Meins. Na gut, das. Sieg gut. So. Wie weiter jetzt? Kann ich hier einfach wieder schnell gucken? Das ist gut. Hier. Ah, jetzt. Sieben, Salabim. Geh auf. Ich springe rein. Ne. Ich springe zurück. Ne, nur Spaß. Ich springe trotzdem rein. Ähm. Lava, lava, lava. Die Lava. Die Lava ist mein Lava. Ja, und ich weiß, wie das klang. Hm? Ja, ja. Niemand konnte der Horde trotzen. Niemand konnte der Horde trotzen. Nur der Schicksalsschlechter. Verzweiflung ging von ihm aus wie eine Krankheit. Versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Ein Titan von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. Ja, ähm, ja. Oh ja, oh ja, bitte. Oh, danke schön. Danke schön. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich habe nur gerade keinen blassen Küstendunst. Ähm. Wie, wo war... War so... Aua, war so... Alter, jetzt. Jetzt reicht's mir hier. Zack. Mein Leben. Meine Rüstung. Ihr verfluchten kleinen Piepenhelden. Jetzt reicht's mir mit euch. Komm her. Zack. Ins Gesicht. Zack. Auch ins Gesicht. Aber weniger doll. Jetzt komme ich aber zu euch. Ja. Let's rock. Zack. Oh. Hier. Klatsch. Hahaha. Ich renne weg. Was bist du denn? Schönes. Komm her, Glanz. Im Schönen. Oh. Keine Ahnung. Der fiel einfach in sich zu. Zusammen. Au, 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 au. Jetzt reicht's mir aber hier. Fertig. Schnick, schnack, schabernack. Ähm. Hier. Boah. Du hältst dich auch für was cooles, ja? Ich bin cool. Naja. Meistens. Hoffentlich. Ha, ha, ha. Oh. Alter. Du spinnst doch. Eins zu Mona. Ich habe ihn gesehen. Eins zu Mona. Ähm. Halt hier. Äh, wo? Hier. Raketenwerfer. Okay. Einer von fünf. Wo ist der nächste? Bitte. Boah. Nicht du. Nicht du. Nicht du. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Ist er tot? Hm. Au. Nein. Ich hänge. Ich hänge. Ich. Aber nicht an seinem Gehänge. Au. Au. Ah. Alter. Blöde Sprüche reißen und dann draufgehen. Hihi. Muss auch sein. Gehört dazu. Ich hänge. Ich hänge. An seinem Gehänge. Verflucht. Diese blöden Ecken und Kanten überall. Das ist wie bei mir im Schlafzimmer. Weißt du? Stehst du mitten in der Nacht auf? Musst du mal pinkeln? Ja. Ich habe ein gewisses Alter. Ich muss halt in der Nacht mal pinkeln. Oder zwei oder dreimal. Aber egal. Das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Stehst du auf. Weißt genau. Da ist mein Bett. Hast da die Augen zu. Ist ja mitten in der Nacht. Ist pinkel. Bringt auch nichts, wenn du die Augen auf hast. Ja. Und dann stößt du ja trotzdem. Den kleinen. Nur den kleinen Zeh. Stößt dir dann dermaßen, dass du hier. Tränen in den Augen. Und so. Und dann sollst du noch pinkeln können. Okay. Das. Wird nix. Aber lassen wir das Thema. Sonst schaltet ihr sowieso alle reihenweise weg. So. Also. Ich weiß ja jetzt, was kommt. Von dem her. Kein Problem. Ja. Hier geht nur alles schön auf einen Haufen. Ein Imbhaufen. Au. Ah. Alter. Nix da hier. Guck mal. Kannst du eigentlich die Fresse haben, du. Au. Aua. Aua. Spinnst du? Hier. Klatsch. Jetzt reicht's mir. Jetzt gibt's aber gleich den Bitchlab. Ja, kann man die Bitchlab haben, da. Ah. Okay. Ähm. Badababam. Ähm. Was nehmen wir? Ja, Ghostgewer. Mich Ghostgewer. Was ist da hinter mir gespawnt? Irgendwas Schnelles wahrscheinlich. Okay. Simona am Leben lassen. Hier. Bili, Bili, Fatboy mal weg. Alter. Habt ihr sonst keine Hobbys? Berserker. Oh, Berserker. Komm her. Was ist der Nächste? Nur die Simona muss ich am Leben lassen, weil ich habe was Schönes vor mit dem. Who's next? Wohl, 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 wohl. Jetzt habe ich das Ding leider zu früh genommen. Ich kann ja jetzt nicht Waffe wechseln. Tja, dann laufen wir hier mal ein bisschen rum. Wow. Okay. Alter, du spinnst doch. So, jetzt hier. Raketenwerfer. Wo ist denn? Hopp, hopp. Ah, nein. Das kommt bestimmt irgendwo der... Da kommt noch so ein kleiner... Da kommt der Große! Der kommt hier... Der passt hier rein! Komm schon! Mach was! Jetzt hauen wir hier! Zack! Und klatsch! Und mein Leben und meine Rüstung ist nur zum Teil komplett weg! Nur zum Teil! Nur zum Teil! Ich finde es sehr schön, dass der Marine jetzt ein bisschen hüpfen kann. Das macht ihn gleich viel! Agila! Hat der Attila gesagt? Nein! Agila! Mann! Echt jetzt! Immer diese Unterstellungen hier! Schrecklich! Vor allem die in meinem Kopf! Auf mit dir! Oh mein Gott! Ob ich da überhaupt hin will? Was haben wir hier? Ja! US... UAC Personal! Olivia Pierce! Ähm... Ja... Ähm... Ich glaub' ich... Möchte da... Ich hab'n Bug gefunden! Ich hab'n Bug gefunden! Ich hab'n Bug gefunden! Ich hab'n Bug gefunden! Da hinten? Da hinten gibt's kein Ton mehr! Gibt's'n Ton wieder, wenn ich... Ah! Jetzt bin ich reingetreten! Vorne Ton! Hinten kein Ton! Herausforderung! Gar nichts geschafft! Hier! Die Hälfte von Extras gefunden! Elite wachen alle! Archie Zelle! Feldzone! Passt! Was? Ich hab'n nicht alle Extras gefunden hab' hier! Bam Bam! Ähm... Verflucht! Ich mag den Ladebildschirm! Den mag ich fast noch ein bisschen mehr! Ja... Ich glaub' das Spiel geht nicht mehr allzu lange! Also nicht diese Folge! Das Spiel! Weil... Bei Doom 3 war das Cyberdemon ja das... Höchste des Höchsten des Höchsten! Sir! Bei Doom 1... Was war's da? Ich glaub' da ging man drauf! Bei Doom 2 hingegen... War's glaub' ich... Hier... Dieses Brain Dingens... Mit... Oder war's beim 1er auch schon? Ich weiß es nicht mehr! Ich kann es euch nicht genau sagen! Ich entschuldige mich dafür, dass ich so ein Vollhorst bin! Was anspreche, dass ich da nicht fertig blabbern kann! Das war ein langer Satz! Ähm... Aber... Es... Zu meiner Verteidigung! Es gibt auch ganz viele Unterkategorien bei Doom! Da gibt's Hell on Earth! Und... Und hier... Verschiedene Hell on Earth! Und so... Der Schmelztiegel! Was für ein Egel denn? Der Schmelztiegel! Ähm... Ja! Es gibt ganz viele Unterkategorien bei Doom 1 und 2! Und von daher... Ja... Also... Ein Doom, das mir sehr sehr gefallen hat! Auch wegen der Grafik! Weil... Doom 1 und 2 sind ja sehr stark verpixelt! Soll aber auch so sein! Das ist Doom! Das gehört dazu! Ähm... Ich... Gehenweg-Schädel! Die kann man nur einmal benutzen! Ähm... Ja! Das geilste Doom jedoch, das ich bisher gespielt habe... Ist... Doom 64! Das... War mit Abstand einst... Wow! Nice! Für mich! Nicht für die! Aber für mich! Ähm... Das war... Das war... Das war so cool! Die Grafik... Die war... Die Pinkies und alles... Die waren super animiert! Das... War der Wahnsinn! Echt! Hat mir sehr gut gefallen! Sehr gut gefallen! Und ähm... Ich klaue mir jetzt hier die ganze Zeit... Munition und Leben zusammen! Und ich befürchte, das wird ein ganz brutaler Kampf jetzt! Ich habe mich nicht gespoilert! Das ist nur eine Vermutung! Ich nehme schon mal die hier vor! Was ist das? Codex-Eintrag freigeschaltet! Monster! Sauber, mein Kyberus! Hier wird ein Herz schon! Ah... Be my Valentine! With your... Great Heart! Äh! Alter! Okay! Bam-ba-bam! Bam-ba-ba-bam! So! 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 Na komm! Du nur ums Eck! Und... Wohlbekommen! Flatsch! Wah! Wah, 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 wah! Rüstung ist schon wieder hinüber! Aber Sound wird auch wieder ganz geil jetzt! Nice! Für mich! Für mich! Dann gib her! Ja! 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 Ich spüre, wie sie meinen Körper durchströmt! Ja! Ähm! Da-da-da-da-da-da-da-da! Gesundheit komplett hoch! Oh! Der zwischen den Welten und in der Zeit wütete! stieß der Hellwalker auf den Armseligen, der ungenannt bleibt, seiner Ketzerei aber an seinem bösen Ziegel festhielt. Er gab dem Schicksalsschlechter eine mächtige Rüstung aus den Feuern der Hölle, undurchdringlich und unüberwittbar. Mit Schwert und Schild von vollkommener Härte machte sich der Schlechter daran, all jene zu vertreiben, die noch nicht durch seine raumlose Wildheit gebrochen war. Okay, das... okay. Ich werde jetzt mal was Neues ausprobieren. Also ein neues Spielzeug. Aber Papa, das sind doch meine Spielsachen, da ist deine. Okay, direkt Zeit, hier. Spielzeug! Ja, ha, ha. Kommt. Geiles Spielzeug. Geiles Spielzeug. Ja, klatsch. Applaus. Okay, dieses Level hat es total in sich. Jetzt nicht gegnermäßig, aber Sound ist wieder geil. Und hier... Allgemein, das erinnert mich jetzt sehr stark an... Oh, an du. Und hier, und zack. Wo ist der nächste? Geil. Das will ich zu Hause. Schade, dass jetzt keine Gegner kommen. Oh. Oh. Tja, würde ich mal nicht den Mund so weit aufreißen. Klappe. Ach, die waren synchron. Synchron sterben. Im Doom gibt es eine neue Disziplin für die Olympiade. Synchron... Äh, oder? Synchron sterben. Oder gar nicht sterben. Jetzt hier. Spinnst du. So, klauen wir uns hier erstmal wieder alle zusammen. Was geht? Vielmehr geht auch schon gar nicht. Oh, der arme Kerl ist verwehrt. Ich erlöse ihn mal. Hier, guck. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. Äh, 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 oh. Oh, was ist da, 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 hier? Hier? Nein, komplett falsch. Hier? Nein. Sag mal, bist du blöde? Also von hier aus gesehen, vorne, links. Das wäre demnach hier. Ja, aber wie komme ich da rein? Geh auf. Hm. Keine Ahnung. Ich drücke mal hier einen Knopf. Vielleicht, ich drücke nicht schlagen. Äh, äh. Klar. Klar. Ihr spinnt doch auch nicht schlecht. Ihr Programmierer, ihr wart wirklich nicht. Auf der freundlichen Seite, als ihr das gemacht habt. Yippee. Uäh. Wow. Ich soll schon sagen, ich habe ihn doch umgenietet. Hey, wo läufst du hin? Nix da. Ist auch noch einer? Nein. Wow. 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 Ah, verflucht. Na? Nein. Nein. Aua. Jetzt reicht es mir aber mit dir hier. So. Was zum... Oh. Zmona. Zmona. Direkt hier. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Herausforderung beendet. Sehr nice. So. Cool. Jetzt alles gehen auf. Waffenpunkt erhalten. Sehr schön. Hier. Oh, oh. Hebel. Hebel. Lego. Komm. Sei kein Schwäschling. Äh. Trinken. Ach. Okay, erst mal den hier. Karte aktualisiert. Wir gucken gleich auf der Karte nach. Die Totenstadt. Ja, die ist aber voller Leben. Wir gucken gleich mal auf der Karte nach. Wo sich jetzt was geöffnet haben könnte. Da hinten geradeaus und dann auf der rechten Seite. Ich komme in meinen ersten verfluchten Doom. Klassischer Doom Raum. Rüstung. Rüstung. Oh. Ich habe sogar ein Secret im Secret gefunden. Hier. Geht das hier auch? Nein. Scheint nicht zu gehen. Ich gucke mal eben schnell auf der Karte, ob der Raum noch... Nein. Er ist nicht mehr größer. Leider. Jetzt spuckt mein Fernseher herum. Schrecklich. Schrecklich. Was hast du denn jetzt wieder für Probleme? Kann es daran liegen, weil die alte Grafik und die neue Grafik hier... kann man eigentlich auf die Fässer schießen? Himmel-Arsch und Sven. Ja. Ja. Ähm. Wohin muss ich jetzt? Hier. Sieht schon mal gut aus. Ah ja, stimmt. Den habe ich auch gar nicht mitgenommen. Jetzt nehmen wir hier direkt Hast. Wohin. Ich bin auf Speed. Ich bin auf Speed. Ich habe Speed wie eine... Wie eine Morde. Wie eine Morde. Wohin. Hallo, hallo. Wo sind Gegner? Gegner. Wohin. Ich brauche Gegner. Ich höre Gegner. Komm nur her. Du Schwerdhund. Ja. Schwerdhund. Schwerdhund. Hallo, Gegner. Wo du seien. Wohin. Wohin. Ich bin Spidi González, der Doom-Reihe. Wow. Oh, hast du es vorbei? Jetzt muss ich wieder aufhören, rumzublöden. Wohin. Jetzt muss ich wieder normal ausweichen. Aber bisher läuft es doch gar nicht. Schneeke. Sag mal. Kommst du von deinem Thron runter? Ja, nicht jetzt, wo ich... Aua. Haut der mir eins in die Fresse. Ja, und klong. Ja, ja. Also, ich muss sagen, die Runde jetzt läuft sehr hervorragend. Okay, ich glaube, es wird Zeit hierfür. Jetzt sollte ich nur noch treffen können. Und dann höchst du. Irgendwas noch so ein... Hier, äh... Schnauze. War's das? Ich glaube, das war's. Ähm, ja. Dann glauben wir uns hier nochmal schnell alles zusammen. Bip, bip. Bick, die, bick. Äh, ja. Nochmal schnell auf der Karte gucken. Nicht, dass ich was vergessen hab. Sieht aber ziemlich gesäubert aus. Das sind die Türen. Sonst sehe ich hier noch nichts. Ich geh jetzt mal davon aus, zu dem grauen Teil komm ich erst noch. Also, ich hoff's jetzt mal. Äh, äh, hier. Blauer Schlüssel. Blauer Schlüssel. Oh, meins. Geh, gehst du vielleicht hoch. So. Ich glaub, das war's. Ich spring mal hier rein. So. Welche Tür zuerst? Blau. Gefällt mir mehr. Und bei Gelb setzen wir auch direkt ein. Dann hier. Pong. Tja, jetzt komm. Yes. Huch. Schnauze. Klappe. Klappe die erste. Klappe die zweite. Oha. Uh. Da läuft der andere Pinky direkt in die Wand. So. Sonst noch wer? Ah. Da kommen sie ja überall hochgehüpft. Ja, komm doch her. Ja. 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 Na, hier, komm. Fuck. Oh. Das wird lustig. Komm her. Ich hab keine Angst mehr von denen. Nur wenn sie hinter mir spawnen. Oh, 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 oh. So. Danke fürs Leben, Kollege. Oh. Oh, bitteschön. Geht jetzt irgendwo was auf. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ah. Ah, claro. Ähm, ja. Ich hab hier nochmal schnell rüber. Muss auch noch ein bisschen aufstocken. So. Gut. Ja, und ich würd sagen, beim nächsten Mal springen wir dann hier in dat kleine Wuschelgeloch. Ähm. Ähm, ich hab dieses Mal eine sehr gute Runde hingelegt. Ich glaub, jetzt bin ich eins, zweimal gestorben nur. Das ist für meine Verhältnisse top, top, lassen wir so stehen. Ähm. Ähm, es war mir eine Riesenfreude für euch gespielt zu haben. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Zieht euch Doom, wenn es euch auch nur ein bisschen gefällt. Wenn ihr es selber spielt, ist noch viel geiler. Ähm, ja. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Man sieht sich beim nächsten Mal. Vielleicht. Nee, Entschüss. Amen.